Herzlich Willkommen zum Forellenteich im Januar 2020. Ja, wie ihr seht, hat sich zum Dezember jetzt erstmal nichts geändert. Die Fische wachsen, fressen super. Die Wassersituation ist sehr zu viel schön. Ja, aber ich habe etwas geändert und zwar hatte ich ja im Dezemberteil hier vorne meine Wildkamera positioniert. Die habe ich jetzt da weggenommen und habe die hier vorne hingehängt. Denn folgender Grund in der Perspektive, ich stelle euch das mal eben nach. Ja, aber da kann man hier und da, hat man so ein bisschen diese Latten hier im Weg von dem Geländer. Und ich verspreche mir von dieser Perspektive einfach eine viel bessere Übersicht, um die Machenschaften des Fischreiers etwas besser im Auge zu behalten. Ihr schaut euch jetzt erstmal die ersten Bilder der Kamera an. Die kommen jetzt so von der Monatswende Dezember, Januar. Da können wir den Kollegen Fischreier schon mal hier am Teich beobachten. Und ja, wenn ich fertig bin mit Füttern, werde ich zum ersten Mal jetzt aus der Perspektive die Bilder auslesen und dann mal schauen, ob der Kollege von der gefiederten Luftwaffe denn wieder hier am Teich war. Und ob er tatsächlich nur spazieren geht oder ob er sich noch bemüht, irgendwie der Fische habhaft zu werden. So, dann wollen wir uns mal einen Unterschied anschauen und zwar die Ablagerung auf dem Boden. Ihr seht hier im linken Teil neben der Brücke kann man sehr gut hier die Kugen von den Gewichtplatten, die hier auf dem Boden verlegt sind, sehen. Und ja, die Ablagerungen auf dem Boden sind, wenn überhaupt, wie hier zu sehen, nur im Randbereich, ansonsten in der Fläche eher wenig. Das hat damit zu tun, dass die Forellen nahezu ausschließlich auf der linken Seite von der Brücke sind. Rechts von der Brücke sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier sieht man teilweise den sauberen Boden. In den anderen Teilen aber auch irgendwelche Ablagerungen. Und zwar ist das altes abgestorbene Laub. Und das beginnt jetzt so langsam wieder aufzusteigen und setzt sich dann hier vor das Gitter. Ja, das war gerade der Vorführeffekt. Da war natürlich auch frisches Laub bei, was irgendwie reingeweht ist. Nichtsdestotrotz hatte ich fest die letzten Tage, dass dieses ganze dunkle Zeug hier langsam aufsteigt und sich dann entsprechend hier vorsetzt und das verstopft. Ja, das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die Forellen lieber da hinten sind anstatt hier. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bewirtschafte den Teich ja so, dass ich zweimal im Jahr abfische. Und ja, ich habe schon alle Möglichkeiten erlebt. Zum einen, dass die Forellen nur hier sind oder dass sie nur da sind oder dass sie links wie rechts sind. Das kann man hier alles beobachten. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, ob diese hier so ein bisschen Angst haben, unter der Brücke durchzuschwimmen. Beim letzten Durchgang, die Fische, die haben sich gerne unter der Brücke versteckt und dann sind die nach links wie rechts auch in den Teich reingeschwommen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es nicht scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben heute den 10. Januar und am Teich scheint alles total unspektakulär und in Ordnung zu sein. Es ist etwas regnerisch die Tage und die Wassermenge ist etwas zurückgegangen gegenüber dem was wir teilweise im Dezember hatten. Aber immer noch mehr als ausreichend. Ihr seht es hier an zwei von drei Zuläufen schlopft das Wasser oben drüber. Auch da läuft es oben drüber. Kann man vielleicht soeben erkennen. Bei den Fischen scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe ja im Moment da vorne an der Wand von der Hütte die Wildkamera installiert. Und da werde ich auch gleich nochmal die Bilder auslesen. Ja und ich habe immer ein doch erhöhtes Augenmerk auf die Forellen. Um zu schauen ob ich da irgendwelche Verletzungen an den Fischen sehe. Die da drauf Rückschlüsse geben ob der Fischreiher hier vielleicht doch das eine oder andere Mal zuschnappt. Na ich werde nicht so ganz schlau daraus. Ich werde das mal ganz in Ruhe schauen. Es macht zumindest nicht den Anschein als wenn der Gesamtbesatz weniger geworden wäre. Auch am Fressverhalten und an der Futtergabe, also wie viel ich den Fischen zu fressen gebe. Daran kann man auch sehen, dass eigentlich keine großen Änderungen im Fischbesatz vorliegen. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass bei der einen oder anderen Forelle die Flossenspitzen doch recht hell sind. Ich weiß nicht ob das irgendein Indikator für irgendetwas ist. Vielleicht wisst ihr da was. Wenn da jemand von euch eine Vermutung hat, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare rein. Ansonsten zeigen die Forellen ein ganz normales Verhalten. Also das sieht alles in Ordnung aus, wie die sich bewegen, was die so machen. Also vom Verhalten her gibt es da keinerlei Anzeichen, die auf irgendeine besorgniserregende Situation hindeuten würden. So, heute haben wir den 16. Januar. Und ihr könnt hier vorne auf der Wiese vorm Teich sehr schön sehen, dass der Maulwurf ziemlich aktiv ist. Ja, und dummerweise ist ja das nicht nur vorm Teich, nein im Teich nicht, aber ich hoffe man kann es ein bisschen sehen, seine Haufen schiebt er in den Teich rein. Das heißt, der ist hinter der Wand irgendwo aktiv, schiebt Erde raus. Ja, und jetzt habe ich da vorne und da schön die Erde liegen, die eigentlich zur Stützung der Wand dienen soll. Auch da vorne in dem Bereich oder da sieht man überall, wie er die Erde von hinten rausgedrückt hat. Da vorne auch. Ja, also der ist schon sehr aktiv. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dem hier klar machen kann, dass er doch bitte woanders graben soll. Na, ist ja nicht so, als wäre hier keine Wiese, wo er sich austoben dürfte. Naja, müssen wir dann so hinnehmen und wenn der Teich abgelassen wird, das wird vor Ostern irgendwann sein, da muss ich eben zusehen, dass ich die Erde wieder irgendwie verbaut bekomme. Im schlimmsten Fall muss ich die Platten aufnehmen, dass wir darunter nochmal wieder verdichten und entsprechend auffüllen. Aber das sehen wir dann, das ist ein Problem für später, denn im Moment will und brauche ich das sowieso nicht ändern. Gut, ja, gucken wir uns die Fische an. Die Fresse sind wirklich sehr gut. Natürlich sind auch die Haltungsbedingungen für die Forellen im Moment wirklich hundertprozentig. Optimale Wasserversorgung, somit auch optimale Sauerstoffversorgung. Alles im grünen Bereich, wie man so schön sagt. Ja, beim Futter ist es so, dass ich im Moment jetzt hier, vielleicht kann man das sehen, ich habe jetzt umgestellt. Wartet mal, zeige ich euch nochmal. Ihr seht hier kleine Pellets und große Pellets. Die kleinen, wie sie hier vorne sind, das ist das Futter, was ich vom Züchter immer bekomme. Das sind die 4 Millimeter Pellets. Und die großen Pellets, das sind 6 Millimeter Pellets, die sind karotinhaltig, womit ja das Fleisch der Forellen eingefärbt wird, letzten Endes. Also rötlich wird, damit es dann hinterher die sogenannten Lachsforellen werden, mit schön rosafarbenem Fleisch. Jetzt habe ich eben gesagt, dass die Forellen vor Ostern rauskommen. Eigentlich ist es viel zu früh, um mit dem karotinhaltigen Futter anzufangen. Denn das Futter ist natürlich um einiges teurer, als wie das Standardfutter vom Züchter, wo eben dieses Farbstoff, sag ich mal, also es ist ein natürlicher Farbstoff, wo der nicht drin ist. Jetzt ist es aber so, dass das Fischfutter, bedingt durch seine Zusammensetzung, durch die Inhaltsstoffe, eine begrenzte Haltbarkeit hat. Also eine begrenzte Haltbarkeitsdauer hat. Und ich hatte vom letzten Durchgang, da hatte ich noch einen angefangenen Sack von diesem 6 Millimeter Futter da. Und bevor der Mehl jetzt abläuft, obwohl er dunkel und trocken steht, aber trotzdem möchte ich da auch kein Risiko eingehen, dass irgendwie das Futter schlecht wird. Dafür ist es zu schade und einfach auch zu teuer. Ja, deswegen steige ich jetzt schon auf das 6 Millimeter Futter um. Da müssen die Früllen auch nicht so viel beißen und kauen, um ihre Tagesration rein zu bekommen. Ja, und deswegen habe ich jetzt schon die Futterumstellung vollzogen. Ihr habt eben gesehen, da ist noch ein bisschen von dem 4 Millimeter Futter drin. Das habe ich einfach dazu gekippt. Da war vielleicht noch ein, zwei Kilo da. Das heißt, jetzt in der Übergangsphase haben sie so ein bisschen Missfutter. Und dann wird das aber auch in einer Woche oder sowas reinweg nur noch das karotinhaltige Futter sein. Und dann ist ja die Futterumstellung vollzogen. Ja, auf dem Grund vom Teich, da kann man natürlich jetzt sehen, dass vermehrt sich da Dreck angesammelt hat. Wie schon öfters erklärt, zum einen sind das die Ausscheidung vom Fisch zum anderen. Ist es jetzt aber auch so, dass das Laub, was hier im Herbst und zeitigen Winter dann doch ins Wasser gefallen ist und abgesagt ist, ja, dieses Laub verrottet dann eben mit der Zeit. Und diese Zeit ist jetzt soweit gekommen. Man kann das hier vorne an dem Auslauf schön sehen oder auch hier am Gitter oder hier, ich reiß mal rein. Ja, das ist dann, das sind dann irgendwelche Algen vermischt mit verrottenem Laub. Ja, dieses hier ist dann dieses Laub, das verrottet und dann steigt das auf und setzt sich eben hier vor das Gitter. Ja, deswegen wird das jeden Tag einmal kurz gedreht und schon ist das wieder frei. Die vernünftige Lösung wäre, den ganzen Krempel einmal unten aus dem Teich rauszusaugen. Ja, und zum Thema Teichreinigen, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Da habe ich auch schon einen Teil eines Prototyps gebaut, den ich aber noch nicht getestet habe. Da fehlt nur noch ein Teil zu. Wird es dem nächsten Video zu geben. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt und nicht verpassen wollt, dann möchte ich euch doch einfach bitten, den Kanal zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken. Denn dann werdet ihr automatisch informiert, ja, über jedes neue Video, was da rauskommt. So dann auch demnächst über den Schlammsauger. Ist eine sehr einfache Lösung, die ich mir da überlegt habe. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, wenn es so nicht klappt, dann muss ich mir was Neues überlegen. Ihr werdet das auf jeden Fall sehen, selbst wenn der Versuch fehlschlagen wird. Ja, so viel für heute. Die Tage schauen wir dann mehr. Vielleicht können wir dann irgendwann die Fische auch mal besser sehen. Das ist jetzt, je nach Tageszeit und Stand der Sonne beziehungsweise Einfallwinkel vom Licht. Kann man die besser oder schlechter oder gar nicht sehen. Ja, ihr Lieben, der Januar ist wieder rum. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen sehen kann, wie das Wasser hier dampft. Also ein bisschen kann man sehen. Also die Außentemperaturen sind doch jetzt gefallen, liegen um den Gefrierpunkt. Man kann sehr gut daran sehen, dass die Wassertemperatur hier auch im Winter immer ordentlich im Flussbereich ist. Also jetzt nicht irgendwie bei 10 Grad oder so. Im Februar-Video werde ich mal öfters die Temperatur messen. Dann kann ich das auch mal für euch festhalten. Und natürlich für mich auch. Es gibt ja die Maßgabe, wenn es zu kalt ist oder zu warm ist im Wasser, dann sollte man das Füttern entsprechend anpassen. Ich beobachte in dem Zusammenhang immer, wie sich die Fische verhalten. Das heißt, wie die auf Futter reagieren. Also dadurch, dass ich jeden Tag hier bin und von Hand fütter, kann ich das recht gut anpassen. Und wenn die Forellen keine Anstalten mehr machen, dass sie Futter aufnehmen, dann stelle ich das Füttern auch ein. Aber so wie hier jetzt sieht man, das ist alles im grünen Bereich. Also die haben gut Hunger. Das passt alles. Ich werde gleich nochmal die Kamera auslesen. Nach dem, was ich bislang so in den Fotos gesehen habe, also ihr habt eine Auswahl zu sehen bekommen. Es gibt da natürlich noch ein paar mehr Fotos von, aber die sind relativ unspektakulär, beziehungsweise sagen die nichts weiter darüber aus, als dass der Fischreier hier zu Besuch kommt. Man kann aber an keinem Bild sehen, dass er irgendwie den Schnabel auch nur ansatzweise ins Wasser steckt. Auch an den Füchen, wie schon gesagt, sieht man nichts, dass sie irgendwelche Verletzungen hätten oder so. Von daher brauche ich mir wohl keine Sorgen machen, dass der Fischreier mir hier irgendwas von den Fischen verletzt, klaut oder sonst was. Ja, das soll es dann für die Januar-Ausgabe von Neues vom Forellenteich gewesen sein. Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Seid gespannt, was da auch im Februar wieder kommt. Es wird spannend, es bleibt spannend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.